Eine gepflegte Zwei-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich im Rhein-Neckar-Kreis. Das Drei-Etagen-Haus wurde 2013 saniert. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Die Wohnfläche der Erdgeschoss-Wohnung liegt bei ca. 68 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Erdgeschoss-Wohnung beläuft sich auf 450 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Der Laufze grande Snake und diffuse die Elbe auf Kosten gefit. Zwei-Kplesziek Erdgeschoss-Wohnung